Besser ist das, Freunde, jetzt ist Knossi dran. Er hat ja eine neue Tanzpartnerin, Contemporary. Ich bin wirklich gespannt, was er da liefert, aber ich glaube, das wird schon sehr, sehr toll. Letzte Woche war ja auch schon sehr gut. Kann man dazu sagen, die Jury definitiv begeistert. Ich bin selber davon begeistert, was der da abgeliefert hat. Hätte ich niemals gedacht, dass das so krass und sowas gut wird. Schreibt mir in die Kommentare an diesem Kanal natürlich. Abonnieren.